Wir wollen mit zwei Förderlinien starten, aber am Ende soll es eine Plattform werden, in denen sich gute Ideen verbinden, in denen Menschen und Ideen zusammengeführt werden und zu etwas Größerem sich vereinen. Die erste Förderlinie ist unser sogenanntes Primuspreis. Da suchen wir Initiativen, die sich regional bewährt haben und die es wert sind, eine größere Öffentlichkeit zu bekommen, als sie es in der Vergangenheit bekommen haben. Das ist der erste Schritt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, übrigens auch für die Stiftung einen Überblick zu bekommen, was es alles an wundervollen Initiativen im Lande gibt. Das ist ja schwierig, das ist ein unübersichtliches Feld, die Bildungslandschaft. Wir wollen es auf diese Art und Weise ein bisschen strukturieren, auch indem wir zum Beispiel monatlich eine Initiative auszeichnen und nachher im Laufe des Jahres mal schauen, wie passen die Initiativen eigentlich thematisch zusammen. Das ist der erste Schritt. Also eine Art Suchbewegung und eine Art symbolische Auszeichnung, die ist durchaus auch mit einer kleinen Förderung verbunden, aber es geht eher darum, diese Initiativen bundesweit bekannt zu machen. Der zweite Schritt ist, mit einem Wettbewerb, den wir im kommenden Jahr starten wollen, nach Initiativen zu suchen, die schon sich mit der Frage eines nationalen Rollouts beschäftigen. Das heißt, die nicht den regionalen Fokus haben, sondern sich auch die Frage stellen, wie können wir über unsere Region hinaus wirksam werden und erste Schritte in diese Richtung gegangen sind. Da wollen wir Initiativen nicht nur entdecken und fördern, sondern sie auch begleiten mit unserem Netzwerk aus Unternehmen, die wissen, wie man ein Produkt sozusagen im Markt verbreitet, mit anderen Stiftungen auch, die erfolgreich waren. Nehmen Sie die Startinitiative der Hertie Stiftung, die regional entstanden ist und mittlerweile in allen Bundesländern aktiv ist. Nehmen Sie eine Initiative wie Haus der kleinen Forscher, die es auch geschafft hat, sozusagen eine nationale Durchdringung, ein Rollout-Modell auf die Straße zu bringen, Teach First, um da drei Beispiele zu nennen, denen es wirklich gelungen ist, eine lokale Idee zu verbreiten. Deren Erfahrungen wollen wir nutzen in unserem Netzwerk und die Initiativen, die wir in unserem Wettbewerb entdecken, begleiten und auch mit so einer Art Initiativ-Angels versehen, die dann dafür sorgen, dass das verbreitet wird in unserem Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017